Hallo ihr Lieben und Willkommen zurück zu The Witcher 3, The White Hunt und ich renne an Plätze vorbei. Ja, in der letzten Aufnahme-Session, ich glaube ich muss aber ganz von vorne anfangen, eigentlich. In der letzten Folge habe ich gesagt, dass ich mir die Quest-Texte mal durchlese, weil ich nicht wusste, wie es weitergeht. Ich habe das jetzt hier schon eingestellt und zwar hat uns ja die Kira Metz ja einen Hinweis gegeben auf die Moon vom Buckelsumpf und das ist praktisch die Quest, die zu dem Rest der Hauptquest führt. Ich habe das letzte Woche schon mal aufgenommen. Leider Gottes ist mir da mein Rechner dermaßen abgeschnürt, dass zwar das Save-Game noch da war, aber leider Gottes die komplette Aufnahme weg war von ca. 1,5 Stunden. Ich habe mich, um ehrlich zu sagen, ein wenig geärgert. Das heißt, ich spiele das hier jetzt nochmal. Wir machen uns auf die Suche nach den Hexen. Da müssen wir jetzt erstmal ein ganzes Stückchen reiten. Hier ist es vorhin, hier ist es vorhin. Und wir haben da auch nicht so viele Möglichkeiten, mit der Schnellreise da entsprechend dazumzukommen. Was denn das heute ist so laut? Ja, dementsprechend habe ich jetzt meinen Rechner alles fix neu aufgesetzt. Das heißt fix, es hat irgendwie alles super ewig gedauert. Deswegen habe ich dann auch doch nicht so viele Aufnahmen rausgehauen, wie ich eigentlich ursprünglich wollte. Tja, bin jetzt stolzer Besitzer eines Windows 10, was soll man sagen. Aber ja, der Rechner ist frisch aufgesetzt. Ich finde es eigentlich auch ganz schön. Es war so oder so an der Zeit. Ich wollte es natürlich eigentlich machen, wenn ich vorher ein paar Aufnahmen schon mal wieder vor aufgenommen habe, weil natürlich zu erwarten war, dass nicht alles glatt geht und ich hatte Probleme mit dem Codec. Und ja, aber jetzt sind ja schon erste Folgen gekommen und auch von Anno geht es ja jetzt weiter und ein anderes Projekt ist auch schon in der Aufnahme, während ich hier dem Baum reite. Und ja, müssen wir eine Runde schwimmen. Muss sich beim letzten Mal auch. So. Und ähm, ich war hier übrigens schon jetzt überall. Also hier gibt es nichts in dem Haus auch nicht, aber ich sammle hier mal ein paar Blümchen noch ein. Und wir folgen natürlich weiter unserem gelben Pfeil. Unser Navigon. Im Busch, Blitze. Na klar, wo sonst? Im Busch. Wieso auch nicht? Slower. Wieso ist dieses blöde, bekloppte Pferd jetzt stehen geblieben? So. Wie geht weiter? Ich glaube, ja. Sieht das schon mal Richtung Sumpf aus? Das finde ich ja schon mal super. Wieso stellt der denn immer die Sicht nach oben? So sehe ich nichts. Ist das denn neu? Das war doch sonst nicht so. Das ist irgendwas in den Einstellungen. Was ist ja da immer? Das ist doch neu. Das ist ja wie... Was ist das denn? Also manchmal... Ja, es ist eine Brücke, Blitze. Also bin ich einfach nur zu blöd dazu? Ich weiß es, ehrlich gesagt. Jetzt komme ich in meinen Plätzen nicht mehr raus, oder was? Oh, doch. Offensichtlich, ich bin einfach zu blöd, mit diesem Pferd zu reiten. Das tut mir... Das tut mir leid. Giddy up. Irgendwas mache ich falsch. So. Berg. Slow now. Whoa. Einmal umsehen. und ich vermute die sind da so, untersuchen und da gibt es ganz viele Süßigkeiten ach Gerard, deine Haare was habe ich dir denn nur angetan so, wir folgen jetzt einfach dem ihr hängen überall diese Candydinger ich weiß nicht, seht ihr die? da hängt jetzt auch gerade was ja, den süßen Pfad sollen wir entsprechend folgen, das machen wir auch mal der windet sich hier durch den Sumpf hindurch und ganz ehrlich so ein Pfad mit Süßigkeiten mitten im Sumpf das kann nichts Gutes sein ich würde ihm nicht folgen ich würde meine Beine in die Hand nehmen und ganz schnell weglaufen schnell wie ich ihn irgendwie kann so gut Dug went in the kitchen stole a hunk of meat Cook gave him a licking strung him by his feet Cook then blad him empty strept his skin off clean laughed and said how tasty best sausage I have seen Cook's a stupid killer shouldn't have ate the pot now we're light of fire gonna roast him up one two three the one to fetch the kindlings thee interesting rhyme don't know you go away so ja deswegen sind wir denn hier wir suchen eine Hexe I'm looking for the witches of Cookback bog you look like a witch yourself the witches of the bog we can't go in the bog grand don't let us when my brother Zemek went missing grand said it was because he went in the woods and got lost grand cried an awful lot after that you could still come back so was macht ihr denn eigentlich hier so what are you doing out here alone we's not alone we's with grand but where did you all come from we's orphans all of you there's a war so there's orphans didn't know that wo er recht hat a young woman got lost in the swamp she has ashen hair and a scar on her face you could see anyone like that ain't no lassie's ear what am I you're no lassie lassie's got tits they do heard an old man say once when the army was here he says item lassies in the woods they dazzling the soldiers with their tits and it's torturing the poor lads that's what he said ugh yeah anyone else here besides you meaning who someone who might have seen the woman like the six-eyed tree tree slapped all year but there is johnny what's this talk what kind of jabbering is this eh no one allowed here just kids my kids they're allowed but who are you wearing swords like a bandit tja hallo ähm du sorgst für die kindchen hier you look after these kids they're my grandchildren grand's good to us gonna be soup with scratchings for supper kids get lost in the woods i miss them seen them in the woods no one has okay wer ist hansi who's johnny 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 ate a cat come the morning some furry shot watch your language they tell tales and tales not but tales okay und jetzt kommt die unglaublichste frage die man jemals einer frauen stellen kann bist du eine hexe are you one of the witches of the swamp i hear crookback bog witch me nah i've no broom nor owl and not one wart on me nose got a pretty nose see gwen's got a lovely beak oh you darling girl our kids are so sweet mm-hmm just talking to the kids ask them if they'd seen a young woman i was a lovely young woman wore a long beautiful braid my mommy did up for me had dresses with flowers on them maybe you've seen her young ashen hair you're betrothed daughter actually daughter my dear sweet little daughter and her sister where are they now maybe they've come to some harm come on good luck a bit of help please a young ashen haired woman just need to know if you've seen her what are you looking at children wash your hands we'll go catch crickets won't learn anything from you hi because i don't know nothing but john he knows he knows a lot when i ask him something he says wait i'll scratch my ears and tell you ugly word what you're saying to the hut you'll stand in the corner i'll make sure you do you be gone be gone can't come in here not allowed in here finish up just want to talk to the boy not allowed it's not allowed he won't talk to you anyway grand don't like you and and johnny's made up and and stranger steal kids come just tell me where i can find johnny johnny's made up be gone be gone okay ich glaube so wird das ohne weiteres nichts finde einen weg die große Mutter von der hütte wegzulocken ja ich vermute die kinder why don't you want to talk about johnny one of you knows about him the others must too it's just him who's pals with johnny they pick mushrooms and hunt snails but grand says johnny's made up yeah the boy who plays with johnny he must be brave not brave just stupid sat his beard bum on an anthill once but yeah he plays with johnny he don't listen to grand and goes in the woods and then he's got to have a time out and he eats snails okay also ich würde sagen die tut oma euch weh frage klemmen wir uns mal ähm das gefühl habe ich eigentlich nicht habt ihr den hansi schon mal gesehen have any of you ever seen johnny of course looks just like him then why do you say he's made up grand says so and grand knows lots okay helft ihm mir vielleicht the girl i mentioned is in danger you gotta help me get your grand away from the hut so i can talk to johnny's friend alright but you gotta do something for us too play hide and seek grand never does says her feet hurt also man könnte hier tatsächlich jetzt verstecken mit dem spielen äh ich klemm uns das mal is there something else you need or want oh i want something sweet me too or fruits give us a treat and we'll help you here's some treats ich weiß zwar nicht wo ich die jetzt gerade hernehme aber ähm ja also wie gesagt man hätte da verstecke spielen können aber da ich das jetzt was glaubt es mit dem einspieler bumblebee bit jagner in die arse gran komm love 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 don't be afraid don't know nothing i won't hurt you you